Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat sich gegen Forderungen aus der Türkei gewandt, bestimmte islamische Einrichtungen in Deutschland zu überprüfen. Der türkische Generalkonsul in Stuttgart hatte die Landesregierung gebeten, Vereine und Schulen neu zu bewerten, die von Anhängern des Predigers Gülen betrieben werden. Gülen wird von der Türkei verdächtigt, hinter dem Putschversuch zu stecken. Kretschmann sagte, dafür gebe es keine Belege. Es ist ein Aufruf zum Boykott. Diese Liste wird derzeit über Facebook und WhatsApp verbreitet. Darauf angeblich güllennahe Geschäfte und Institutionen im Raum Stuttgart. Betroffen auch der Fußballklub Stuttgart-Kannstadt. Dass wir namentlich in diesen Listen aufgeführt waren, wir waren sehr, sehr schockiert. Die Eltern waren sehr ängstlich. Die sind mit diesen Facebook- und WhatsApp-Listen auf uns zugekommen. Dazu solche Drohungen. Wir werden euer Blut trinken und mit eurem Blut duschen, steht da. 15 Mitglieder haben sich bereits abgemeldet. Inzwischen hat auch das Stuttgarter Staatsministerium eine Liste bekommen, jedoch vom türkischen Generalkonsulat. Das Land soll Gülen nahe Einrichtungen überprüfen. Ministerpräsident Kretschmann lehnt das entschieden ab. Wir sind ein Rechtsstaat. Dafür gibt es Organe, die dafür sorgen, dass das Recht eingehalten wird. Und es kann nicht sein, dass die Türkei sich hier in die inneren Angelegenheiten unseres Landes in solch einer Weise einmischt, aufgrund reiner Verdächtigungen. Die angespannte Lage macht auch der türkischen Gemeinde Sorge. Es gehe ein Riss durch die türkische Community. Sachliche Gespräche seien kaum möglich, so der Vorsitzende. Es gibt sehr viele Freundschaften, die jetzt gerade auseinander gehen. Es gibt innerhalb der Familien sehr viele Streitpunkte, weil man sich entscheiden muss, für oder gegen zu sein. Es ist gerade eine harte Zeit in der türkischen Gemeinde. Das sieht auch die Landesregierung so und ruft die Türken und türkischstämmigen Deutschen dazu auf, friedlich zu bleiben. Der Prediger Gülen gehörte bis vor drei Jahren zu den Weggefährten des heutigen Präsidenten Erdogan. Doch inzwischen sind sie verfeindet. Seit knapp 20 Jahren steuert Gülen seine Bewegung von den USA aus. Sie strebt an, den Islam durch Bildung zu verbreiten. Fethullah Gülen, 75 Jahre alt, einflussreicher islamischer Prediger. Früher war er mit Erdogan befreundet. 2013 kommt es wegen eines Korruptionsskandals zum Bruch. Seitdem gilt Gülen als Erzfeind des türkischen Präsidenten. Er lebt im Exil in den USA auf einer Farm in Pennsylvania. Von dort aus leitet er ein weltweites Netzwerk. Seine Bewegung nennt sich selbst Hizmet, was so viel bedeutet wie einen Dienst leisten. Auch in Deutschland ist die Bewegung aktiv. Nach eigenen Angaben betreibt sie hier etwa 150 Nachhilfevereine, 30 Schulen und Kindergärten sowie 15 interreligiöse Dialogvereine. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Gülen's Hizmet-Bewegung steht laut Experten für ein wertkonservatives islamisches Weltbild. Junge Leute werden zu einer frommen Lebensweise sowie schulischem und beruflichem Erfolg angehalten. In Deutschland ist die Bewegung nicht unter Beobachtung der Behörden. Im Gegenteil, ein Mehrreligionenhaus in Berlin hat gerade erst eine Millionenförderung vom Bund erhalten. Kritiker hierzulande werfen der Bewegung vor, nicht transparent genug zu sein. Zudem werde in den Bildungseinrichtungen, so wörtlich, islamische Gehirnwäsche betrieben. Die Bewegung weist dies zurück. Auch die Unterstützer von Präsident Erdogan mobilisieren Anhänger in Deutschland. Sie riefen für Sonntag zu einer Demonstration am Kölner Rheinufer auf, zu der 30.000 Teilnehmer erwartet werden. Auch vier Gegenkundgebungen wurden angemeldet, eine von der rechtspopulistischen Partei Pro NRW. Die Polizei verhängte wegen Sicherheitsbedenken Auflagen, die aber zum Teil vom Verwaltungsgericht wieder aufgehoben wurden. In Köln wird ein unruhiger Sonntag erwartet. Hier auf der Deutzer Werft sollen bis zu 30.000 Erdogan-Anhänger zusammenkommen. Nach dem gescheiterten Putsch gab es bisher nur kleine Demonstrationen. Jetzt haben AKP nahe Verbände zur Großdemo aufgerufen. Die genaue Rednerliste steht noch nicht fest, aber die Polizei rechnet damit, dass Regierungsvertreter aus der Türkei wie der Sportminister hierhin anreisen und auch sprechen werden. Das verschärfet die Sicherheitslage immens. In diesen Fällen ist immer eine eigene Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Sollte ein hochgefährdeter Politiker darunter sein, sehe ich mich im Augenblick nicht in der Lage, die Sicherheit zu gewährleisten. Dann käme ein Verbot der Versammlung in Betracht. Allerdings, die gesetzlichen Hürden dafür sind hoch. Und die Veranstalter der Demo teilen nicht die Bedenken. Sie hätten Interesse an einer friedlichen Demonstration. Tatsächlich seien Politiker aus der Türkei eingeladen worden. Wenn sie kommen, glaube ich schon, dass die die Sensibilität haben und entsprechend das Gemeinsame betonen werden und hier nicht irgendwelche Parolen von sich geben werden. Das wollen wir auch nicht. Und das werden wir, falls sie teilnehmen, den Rednern auch sagen. Anders sehen das die Kurden. Sie verzichten auf ihre Gegendemonstration aus Furcht vor Ausschreitungen. Wir wollten nicht das Bild der Kurden mit Gewalt im Zusammenhang in die Öffentlichkeit bringen. Das wollten wir vermeiden. Das war ein Signal. Dennoch wird es vier Gegendemonstrationen geben. Eine wird wahrscheinlich über diese Brücke führen, die der Rechtspopulisten direkt an den Erdogan-Anhängern vorbei. Zwei Wochen nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei sind in Istanbul 21 Journalisten einem Gericht vorgeführt worden. Insgesamt wurden gegen 89 Journalisten Haftbefehle erlassen. Die türkische Regierung hat zahlreiche Radio- und Fernsehsender, Zeitungen und Verlage schließen lassen. Sie sollen der Gülen-Bewegung nahestehen, die für den Putsch verantwortlich gemacht wird. In der Türkei wurden nach Angaben des Innenministers mehr als 18.000 Verdächtige festgenommen. 3.500 seien aber wieder frei. Um eine Flucht ins Ausland zu verhindern, wurden fast 50.000 Reisepässe für ungültig erklärt. Über die Versorgung von 250.000 Menschen, die in der syrischen Großstadt Aleppo eingeschlossen sind, ist ein Streit entbrannt. Die Vereinten Nationen forderten Russland auf, die Aufsicht über Hilfskorridore den UN zu überlassen. Russische und syrische Truppen, die Aleppo belagern, planen hingegen, die Korridore selbst zu organisieren. Das russische Staatsfernsehen veröffentlichte heute Bilder, die zeigen sollen, wie russische Hilfsgüter in der Stadt verteilt werden. Westlich von Aleppo, in der Provinz Idlib, ist nach Angaben der Kinderhilfsorganisation Save the Children eine Geburtsklinik durch einen Bombenangriff schwer beschädigt worden. Informationen über Opfer lägen noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Organisation. Der Vorfall habe sich in der von Rebellen gehaltenen Stadt Kafatakarem ereignet. Papst Franziskus hat im Rahmen seiner Polenreise das ehemalige deutsche Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau besucht. In stiller Trauer gedachte er der Opfer der Nationalsozialisten. Auf eine Rede verzichtete er, anders als seine Vorgänger. Franziskus traf auch Überlebende sowie Menschen, die andere vor dem Tod retteten. Die Nazis hatten in dem Lager mehr als eine Million Menschen umgebracht, vor allem Juden. Allein will er sein, beten will er, schweigen. Für einen Mann, der ständig von Offiziellen, von Sicherheitspersonal, von Kameras begleitet wird, ist das kein einfach zu erfüllender Wunsch. Papst Franziskus setzt auf Gesten statt auf Worte. Das unterscheidet diesen Besuch von dem seiner zwei Vorgänger. Die Opfer, die Überlebenden und die Retter wollte er in den Mittelpunkt stellen. Stille auch in der Todeszelle von Maximilian Kolbe, jenem Franziskaner, der sich vor 75 Jahren für einen mitgefangenen Familienvater opferte und hier ermordet wurde. Herr, vergib uns so viel Grausamkeit, schreibt Franziskus dann ins Besucherbuch. Für das bewusste Schweigen des Papstes gibt es auch in der polnischen jüdischen Gemeinde Verständnis. So viele Menschen reden, wenn sie hier in Auschwitz und Birkenau sind, aber sie schweigen, wenn sie den Ort verlassen. Für mich aber bedeutet das, hier schweigt man, aber wenn man das Todestor von Birkenau verlassen hat, darf man nie wieder schweigen. Man muss immer aussprechen, was in der Welt falsch läuft. Ein Totengebet auf Hebräisch und Polnisch ist das Einzige, was laut über Birkenau schallt. Erst danach, ganz ohne Kameras und Mikrofone, trifft sich Franziskus mit polnischen Bürgern, die Juden vor den deutschen Besatzern schützten und deren Leben retteten. Hillary Clinton zieht für die Demokraten ins Rennen um die US-Präsidentschaft als erste Frau überhaupt. Die frühere Außenministerin nahm ihre Nominierung vergangenen Nacht auf dem Parteitag in Philadelphia offiziell an, umjubelt von tausenden Anhängern. Ihre Rede nutzte Clinton für einen Angriff auf ihren republikanischen Rivalen Trump. Dieser biete nur leere Versprechungen. Die Präsidentenwahl findet am 8. November statt. I accept your nomination. Diese Worte hat vor ihr noch nie eine Frau gesprochen. Eine strahlende Hillary Clinton akzeptiert die Nominierung der demokratischen Partei und präsentiert sich als Versöhnerin in scharfem Kontrast zum republikanischen Kandidaten Donald Trump. Sie werde weder Mauern bauen noch Religionen verbannen, so Clinton. Man stelle sich ihn im Weißen Haus vor, bei einer echten Krise. Einem Mann, der sich von einem Tweet provozieren lässt, sollten wir keine Atomwaffen anvertrauen. Dann marschieren Dutzende Generäle auf. Das Militär vertraue Clinton, nicht Trump, ist die Botschaft. Ein Signal auch ans andere politische Lager. Clinton hofft auf die Stimmen jener Republikaner, denen Trump nicht geheuer ist. Auch nach links baute sie Brücken, versicherte ihrem innerparteilichen Rivalen Bernie Sanders, seine Anliegen seien auch ihre. Und überhörte vereinzelte Buhrrufe seiner Fans. Ich werde eine Präsidentin für alle sein, nicht nur für die, die mich gewählt haben, für alle Amerikaner gemeinsam. Umfragen sagen derzeit ein enges Rennen zwischen Clinton und Trump voraus. Sie hat sich vorgenommen, als erste Frau ins Weiße Haus einzuziehen. Doch die größere Herausforderung für Hillary Clinton scheint derzeit eine andere zu sein. Sie muss den düsteren Szenarien und den einfachen Antworten eines Populisten Zuversicht entgegenstellen. Das Amtsgericht Köln hat vier russische Hooligans zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt, wegen gefährlicher Körperverletzung. Die geständigen Täter hatten während der Fußball-EM in der Nähe des Kölner Doms spanische Touristen angegriffen und durch Schläge und Tritte verletzt, als diese einen antifaschistischen Aufkleber anbrachten. Drei der Angeklagten erhielten zehn Monate, ein vierter ein Jahr auf Bewährung. Bastian Schweinsteiger hat seine Laufbahn in der deutschen Fußballnationalmannschaft beendet. Der Kapitän der DFB-Auswahl erklärte, mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 sei etwas gelungen, das sich in seiner Karriere nicht wiederholen lasse. Deshalb sei es vernünftig, nun Schluss zu machen und der Mannschaft für die WM 2018 das Allerbeste zu wünschen. Schweinsteiger kommt auf 120 Einsätze im Nationalteam. Ein großer hört auf. Bastian Schweinsteiger wird nicht mehr für Deutschland spielen. Es sei der richtige und vernünftige Zeitpunkt, so Schweinsteiger. Er bedankte sich beim DFB, beim Bundestrainer und bei den Fans für eine tolle Zeit. Höhepunkt war natürlich der Weltmeistertitel 2014 in Brasilien. Er hat die Nationalmannschaft geprägt, den deutschen Fußball auch geprägt. Und ich glaube, er hat immer mit sehr viel Freude, mit sehr viel Spaß auch bei uns gespielt. Und deswegen verlieren wir einen sehr, sehr großen Spieler. Und ja, ich wünsche ihm alles Gute. Das Jahr 2016 ist für Schweinsteiger das der großen Veränderungen. Vor zwei Wochen die Hochzeit mit Tennister Anna Ivanovic in Venedig. Seine Zukunft bei Manchester United ist ungewiss. Der neue Trainer Jose Mourinho möchte den verletzungsanfälligen 31-jährigen Schweinsteiger aussortieren. Der krönende Abschluss, als Fußball-Europameister abzutreten, ist ihm nicht vergönnt gewesen. Beim Halbfinal aus gegen Frankreich verursacht er diesen Handelfmeter. Die ersten Reaktionen seiner Kollegen auf den Rücktritt, Thomas Müller, danke für viele großartige gemeinsame Stunden. Und auch Benedikt Höwedes war es eine Ehre, mit Schweinsteiger auf dem Rasen zu stehen. Der Kapitän geht von Bord. Nach 120 Länderspielen, 24 Toren. Das ist sein letztes bei der EM gegen die Ukraine. Nicht nur Bundestrainer Joachim Löw wird ihn vermissen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 30. Juli. Weite Teile Deutschlands befinden sich unter Tiefdruckeinfluss. Am Rande des Tiefs wird morgen in den Süden sehr warme Luft gelenkt. In der Nacht sind noch ein paar Schauer oder Gewitter unterwegs, die im Verlauf seltener werden. Im Süden klart es gebietsweise auf. Hier scheint morgen häufig die Sonne. Sonst gibt es teils Sonne, teils dichte Wolken. Und vor allem im Norden Schauer. Im Süden am Nachmittag vereinzelt Gewitter. Heute Nacht am Oberrhein noch 18, an den Alpen 12 Grad. Morgen Höchstwerte von 19 Grad an der Nordsee bis 31 Grad ganz im Südwesten. Der Sonntag wird durchwachsen mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern, die im Südosten heftig ausfallen können. Am Montag im Norden Schauer, in Alpen näher auch Gewitter. Sonst aber überwiegend freundlich. Am Dienstag insgesamt wieder wechselhafter. Um 21.45 Uhr melden wir uns mit diesen Tagesthemen. Reicht Erdogans langer Arm bis nach Deutschland? Fragen von Karin Miosga an Winfried Kretschmann. Und endlich Kandidatin. Wie Clinton die Amerikaner für sich einnehmen will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017